Ob infolge eines Unfalls, aufgrund von Alterserscheinungen oder einer Behinderung. Gründe, warum Menschen auf Hilfsmittel zurückgreifen, gibt es viele. Und genauso vielseitig ist auch das Angebot an Produkten, das die Besucher der Rehacare 2019 in den Messehallen erwartet. Hier findet jeder, was er braucht. Der Reha-Buggy ist mit Sitzschalen ausgestattet. Die Sitzschalen sind entnehmbar und können als Autokindersitze verwendet werden. Dieses Jahr haben wir mitgebracht unseren Autokindersitz, der weltweit der einzige ist, der bis 1,80 Meter Körpergröße und 80 Kilogramm Körpergewicht mitwächst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020